Wir haben die Abenteurwirtung gewinnt die Abenteurwirtung zum Zeitpunkt in diesem Jahr. Die junge Dänen im Streitleinchen-Auto, diesen Streitleinchen-Auto, die für Karnbacher Rüchsling gewinnt, gewinnt diese Abenteurwirtung Frau Harwin Krohlen, der Stadt Nummer 3 aus den Niederlanden und steht bereits seit den gestritten Tagen Champion dieser Meisterschaft. Aber es wird ganz kurz dauern, bis die Mannschaft jetzt hier unten einläuft, bis sie sich an Bord meldet.